Das traditionelle Partnerschaftsfest zwischen den Gemeinden Großen Kneten und Eva Gehm ist am Freitagnachmittag beim Schulzentrum in Aalhorn gestartet. 85 Gäste aus Belgien weilen für drei Tage in der Gemeinde. Eva Gehmer und Kneter erwartet bis Sonntag, den 27. August, ein volles Programm mit vielen beteiligten Vereinen. Der Partnerschaftsausschuss Großen Kneten und der Bürgerverein haben es mit der Verwaltung gestrickt. Um 16.30 Uhr startete am Freitag die Begrüßungsfeier vor der Graf von Zeppelin Schule in Aalhorn. Dabei brachten sich beide Schulen ins Programm ein. Der Schülerchor des Dietrich-Bohnhöfer-Gymnasiums sang zwei Lieder. Die 10H der Graf von Zeppelin Schule übernahm das Catering für rund 225 Gäste und zauberte ein tolles kaltwarmes Buffet. Bei der Begrüßung traten die Fahndenschwingers Nacens aus Eva Gehm, der Schützen Spielmanns zu Großen Kneten, der Aalhorn Abudu-Club und der Akkordeonspieler Alex de Bacca auf.